Tja, wenn wir halt wüssten, wo der ist, ne? Also einer müsste doch drin sein und einer ist hinter dem Hauptgebäude. Ja, den habe ich vorhin, den habe ich in den Visier geguckt, groß und deutlich. Also ihr müsst das kriegen, weil die kriegen hinter dem Hauptgebäude Waldseite rum. Okay. Jetzt habe ich den. Bei mir ist ja nicht so schlimm, ich hatte ja nichts. Wenn ich die Gegenden ein bisschen kennen. Bei mir ist das auch wurscht, du weißt, das habe ich gleich wieder. Ich bin jetzt in Elektro und ich pippe wie morgen. Ich habe einen getroffen, ich habe einen getroffen. Ja? Hat der einen Rucksack am Kopf? Ich habe noch einen getroffen. Ein Hunter, ein Hunter. Die sind hinter dem Hauptgebäude Balota Seite. Also quasi da, wo immer die Spraycans drin liegen, da wo die Vertiefung ist. Da hocken sie drin, alle zwei. Einen habe ich getroffen, der blutet. Ich komme jetzt von der oberen, von der oberen Siedlung. Und Sniper drunter ins Hauptgebäude rein. Das sind die beide da hinten. Beide, zwei Stück sind es. Und im Gebäude ist keiner mehr. Im Gebäude ist keiner mehr, die sind beide jetzt da hinten in der Vertiefung. Meinst du, die erwische, wenn ich da hinten rumrenne? Ich laufe jetzt da hinten rum. Vorsichtig, vorsichtig, ja. Oh, ich bin tot. Oh, ich bin tot. Da ist noch einer, da liegt noch einer irgendwo. Da liegt noch irgendeiner. Mich hat einer von hinten erschossen. Weißt du das jetzt denn mit dem Cowboyhut? Ja, ich bin tot. Dann weiß ich. Teurek. Aber das ist kein Spiel mit euch. Jetzt sag's euch klipp und klar. Das geht nicht. Ich sag doch gerade, ich renne da hinten rum. Ich bin tot, während da einer drinnen ist und im Hauptgebäude und neben ist beim Hauptgebäude. Da habe ich noch nie was gehört davon. Ich habe doch noch gesagt, ich renne hinten rum. Ja.